Die Schule, wenn sie wirklich einen Bildungsauftrag hätte, das hat sie nicht. Im Gegenteil, sie hat einen Bildungsstörungs- und Bildungszerstörungsauftrag. Das ist schon ein Kunstwerk der Propaganda, dass das geklappt hat, den Menschen das einzubläuen, dass es nur über den Schulzwang geht. Es wird die Voraussetzung für die Ausprägung eines Stockholm-Syndroms geschaffen. Dann entsteht so ein Vakuum und sie suchen sich dann die nächste Autorität. Also der Lehrer fehlt dann. Dadurch entsteht auch die Nachfrage nach der Autorität später als Erwachsener. Dadurch brauchen sie jemanden, der irgendwie ihr Leben organisiert und in ihr Leben eingreift und ins Leben anderer. Wenn ihr selber Eltern seid, dann lasst das bitte nicht geschehen, sondern stellt euch immer hinter euer Kind. Euer Kind ist so richtig, wie es ist. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen gestorben sind alleine durch den deutschen Staat nach 1871, das ist Wahnsinn. Und das ist genau, was du gesagt hast, dass es halt in den Menschen, also den Menschen anerzogen wird. Eben einmal durch die Glaubenssätze der Eltern, die übernommen werden im Rahmen der Erziehung. Dann kommt das Bildungsunwesen, was die Menschen auch programmiert, was sie vielleicht auch traumatisiert. Und dann eben die Medien danach, die die Menschen eben entsprechend programmieren. Sie kommen auf die Welt, sind umgeschrieben und werden dann eben programmiert, traumatisiert, wie auch immer. Vielleicht da nochmal ein paar Sätze auch zu dieser Prägung auch, die dann natürlich im Erwachsenenalter weitergeht. Ja, also die Prägung beginnt in der Kindheit durch die Eltern, die ja auch ihrerseits sozialisiert wurden, während ihr des gesamten Lebens. In der Kindheit fängt es an mit, du dies, sonst passiert dir das. Also das ist so Erziehung mal zusammengefasst. Deswegen hasse ich auch diesen Begriff Erziehung. Also man muss die Kinder nicht irgendwo hinziehen, wo sie noch nicht sind, sondern mir gefällt sehr viel besser der Begriff Entwicklungsbegleitung. So als Mentor. Sie einfach auf ihrem Weg begleiten und sie entwickeln sich schon dahin, wo sie sich natürlicherweise entwickeln sollen. Also ja, zu moralisch anständigen Menschen. Das passiert einfach inzwischen. Meine Kinder sind 15 und 17, kann ich das auch wirklich definitiv sagen. Aus eigener Erfahrung. Entwicklungsbegleitung. Also in der Kindheit fängt es an. Die Eltern nutzen ihre körperliche und geistige Überlegung einfach gnadenlos aus und beherrschen ihre Kinder. Und die gestehen ihnen den Raum auch nicht zu, den sie brauchen, um sich selber zu entwickeln. Das bedeutet Fehler zu machen, Grenzen auszutesten und so weiter. Also sich selbst einfach zu spüren auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Und selber ein Gespür für richtig und falsch zu entwickeln. Das ist in der Kindheit das Versäumnis Nummer eins. Und das setzt sich dann in der Schule fort. Also im Kindergarten sowieso. Und dann in der Grundschule dann nochmal verstärkt. Und das durchzieht die gesamte Schulkarriere wie ein roter Faden. Also das ist das Prinzip Befehle und Gehorsam. Also es soll während der Schulzeit verinnerlicht werden, dass Gehorsamkeit einfach gleichzusetzen ist, mit einem guter Mensch zu sein. Also brav zu folgen. Wenn ich brav folge, dann bin ich ein guter Mensch. Und alles andere wird bestraft. Und wie das ist, das kann man ja an der Schule, am Schulalltag einfach beobachten. Also wenn nicht das gemacht wird, was der Lehrer sagt, wird man dafür bestraft. Sei es, also damals war es sogar körperlich. Inzwischen ist es psychisch, also durch Bloßstellen vor der Klasse oder auch durch die Benotung oder auch durch die ganz hinterfotzige Strategie, eben einen Keil zwischen Kinder und Eltern zu treiben. Und wenn ihr selber Eltern seid, dann lasst das bitte nicht geschehen, sondern stellt euch immer hinter euer Kind. Euer Kind ist so richtig, wie es ist und es entwickelt sich so, wie es sich entwickeln soll. Und wenn es jetzt eben nonkonformistisch ist, dann ist es nicht sein Problem, sondern es ist das Problem der Schule. Also die Schule, wenn sie wirklich einen Bildungsauftrag hätte, das hat sie nicht. Im Gegenteil, sie hat einen Bildungsstörungs- und Bildungszerstörungsauftrag, um gehorsame Soldaten zu erzeugen oder Arbeiter. Also so Fließbandarbeiter, das ist so ein bisschen der Hintergrund der Schule. Ohne Fließbandarbeiter keine Rüstungsindustrie und ohne gehorsame Soldaten eben kein Krieg. Genau der Punkt, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, da geht es halt auch oft um die Haltung der Menschen. Das ist so das Thema ja auch von Andreas Tietgeber. Die ungünstigen Haltungen, die die Menschen zu sich selbst haben und das leben sie dann im Außen aus. Also Schuldscham, Ungenügen, das sind ja genau diese Punkte, die in der Schulbildung kommen. Wenn du eben, du hast eine Sechs und du hast es gerade so wunderbar gesagt, wenn dann gesagt wird, ja, vor versammelter Mannschaft wirst du dann bloßgestellt. Und wird dann gesagt, ja, du bekommst schon Nachhilfe jetzt, bist immer noch zu dämlich. Und eigentlich geht es ja immer nur darum, gewisse Dinge nachzubeten, die da vorgegeben werden. Und es geht nicht um selber denken. Es geht nicht darum, ja, selbst zu irgendwelchen Erkenntnissen zu kommen oder alles Mögliche mal aufzunehmen, mal Informationen, was da ist und daraus selber eine Essenz zu ziehen und ein Urteil zu fällen. Sondern es ist wichtiger, dass man eben die Rechtschreibregel richtig befolgt. So in der Art kann man das vielleicht auch zusammenfassen. Ja, richtig. Also das klassische Beispiel ist ja im Matheunterricht. Der vorgegebene Lösungsweg ist der richtige. Obwohl der nicht notwendigerweise ausschließlich zum Ziel führt, sondern es gibt auch andere, einfachere Wege, oft bei Matheaufgaben. Aber wenn du den gehst, dann wirst du dafür bestraft. Oder mein Sohn hat es mal irgendwie, als er noch ganz klein war, hat er zu mir gesagt. Ich habe ihm das dann so erklärt. Das ist übrigens auch eine gute Impfung gegen dieses Schulprogramm oder gegen die Schulprogrammierung. Einfach transparent zu sein und den Kindern ganz offen und ehrlich zu sagen, wofür die Schule da ist und wie sie funktioniert. Und ich habe das damals gemacht. Und ich habe ihm unter anderem erklärt auch, dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln, dass sich die Kinder unterschiedlich entwickeln, dass der eine momentan eben keine Lust auf Mathematik hat, dafür irgendwie ein Jahr später. Und der andere, der liest halt gerade lieber. Und dann sind ihm sofort zwei, drei Beispiele eingefallen. Und dann hat er so gemeint, ja, mein Banknachbar, der liest immer unter dem Tisch. Und dann wird er, also so im Matheunterricht, und dann wird er dafür bestraft. Und ich verstehe das nicht, weil er lernt ja in dem Moment lesen. Ja, und er macht es intrinsisch. Er macht es von sich aus, er kommt von innen. Und er hat gerade irgendwie den Impuls, dass das jetzt gerade das Passende ist. Aber es wird gesagt, nein, 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 jetzt haben wir aber Mathe in dieser Stunde. Das geht jetzt gerade nicht. Ja, und das ist ein Riesenproblem, weil das passiert jeden Tag. Und das passiert, wie lange gehen die Kinder in die Schule? Ich glaube, mindestens zehn Jahre. Zehn Jahre in Folge passiert das jeden Tag in der Schule. Und das hinterlässt Spuren. Und allein die Tatsache, dass man so lange braucht, um das aus den Kindern irgendwie rauszuprügeln, auf sich selber zu achten und auf sich selber zu hören und eine eigene Meinung zu vertreten und zu entwickeln und so weiter, und auch danach zu handeln, das zeigt, wie widernatürlich das ist. Wie brutal und widernatürlich dieses ganze Schulsystem ist. Und das erklärt auch, warum jetzt Leute, die in die freie Wirtschaft gehen, eben vollkommen verbildet sind und eigentlich zu nichts zu gebrauchen sind und die Unternehmer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil nicht mal die absoluten Basics sitzen bei denen und warum die im Prinzip das ganze Schulungsprogramm dann selber nochmal nachholen müssen und einen Haufen investieren müssen. Ja, und jetzt ist es ja mittlerweile auch so, dass ich glaube, am Ende der Grundschule ein Viertel irgendwelche eklatanten Schwächen hat. Sei es, dass sie nicht lesen und schreiben können oder nicht rechnen können. Das geht ja schon sehr früh los, dass es da problematisch wird. Aber dennoch glauben die Menschen immer noch, scheinbar mehrheitlich, dass es den Schulzwang braucht und dass es Zwang braucht, damit die Kinder lernen. Und das ist Blödsinn, sonst die lernen ja auch ohne Zwang zu sprechen oder zu laufen. Also sollte der Rest nicht auch ohne Zwang funktionieren. Man versteht es nicht. Also das ist schon ein Kunstwerk der Propaganda, dass das geklappt hat, den Menschen das einzubläuen, dass es nur über den Schulzwang geht und über eine institutionalisierte, staatlich, auf Basis von staatlich festgelegten Lehrplänen, das auszurollen auf die kleinen, jungen, heranwachsenden Menschen. Also es wundert mich immer mehr, dass das so geklappt hat und dass es immer noch funktioniert, obwohl jetzt die Schwächen so eklatant offen da liegen. Also man kann jetzt von diesen verschiedenen Verfahren, von PISA bis was, weiß ich nicht, wie die alle heißen, aber davon kann man halten, was man möchte. Aber ich glaube, man sieht das Ergebnis, dass der Trend in die falsche Richtung geht. Trotzdem geht er weiter, weil natürlich auch da kein Wettbewerb ist. Das ist auch klar. Ja, es gibt ja kein Positivbeispiel, weil die Positivbeispiele einfach verboten sind gesetzlich. Ja. Das ist das Problem. Also man, ja, es gibt so Freilerner und irgendwie Leute, die nicht zur Schule gehen, aber es sind so ganz rare Ausnahmen. Und sobald es irgendwie anfängt, so eine Breitenwirkung, so eine Eigendynamik zu entwickeln, hauen die mit einem Hammer drauf. Also dann wird da wirklich gnadenlos draufgehauen und dann wirst du in die rechte Ecke geschoben und volles Programm. Also so ein paar kleine Ausnahmen, so André Stern zum Beispiel, das darf dann sein, um irgendwie so den Anschein der Freiheit vielleicht noch zu wahren, keine Ahnung warum, aber ja. Und die werden ja auch staatlich lizenziert. Das heißt, die Privatschulen, die müssen dann ja auch gewisse Lehrpläne dann eben befolgen und das ist ja auch nicht das, was man als Wettbewerb dann bezeichnen könnte. Und dann gibt es eben Anbieter wie Riccardo Leppe, da kannst du dir alles kostenfrei auf seiner Homepage runterladen. Aber der wird eben genau dann in diese Ecke gestellt, in so eine Schmuddelecke, in die er nicht gehört, wenn man ihn mal kennenlernt. Dann sieht man, das ist ein fantastischer Typ, der sagt, ja, nutzt es oder lasst es, es ist vollkommen egal, ich möchte niemanden missionieren oder habe es einfach als Angebot da. Genauso wie wir ja auch hier unsere Aufklärungsangebote öffentlich darstellen und sagen, ja, guckt es euch an oder lasst es bleiben. So, aber die andere Seite arbeitet halt mit Zwang, das ist das große Problem. Ja, also Schulzeit, da passiert eben genau das, diese Programmierung auf Gehorsam, Autorität gleich gut, Gehorsam ist gleich gut, ist gleich moralisch. Und es passiert noch was, es wird die Voraussetzung für die Ausprägung eines Stockholm-Syndroms eben geschaffen. Durch die zehn jahrelange Gewöhnung an den Peiniger ist es so, dass am Ende der Schulzeit, wenn die Leute, ja, wenn die jungen Erwachsenen in die freie Welt entlassen werden angeblich, dann entsteht so ein Vakuum und sie suchen sich dann die nächste Autorität. Also der Lehrer fehlt dann, der da irgendwie durchregiert. Und ja, dann, dadurch entsteht auch die Nachfrage nach der Autorität später als Erwachsener. Dadurch brauchen sie jemanden, der irgendwie denen ihr Leben organisiert und in ihr Leben eingreift und ins Leben anderer und ihnen irgendwie, ja, mehr als die Hälfte von dem, was sie verdienen, wegnimmt. Und weil sie sind ja so unmündig und, ja, so arme Opfer und ihnen muss geholfen werden. Also da wird die Grundlage für die Nachfrage danach erzeugt in der Schulzeit. Ja, wenn man das nicht verhindert, wenn man das nicht von Anfang an verhindert, dass diese Programmierung Erfolg hat. Und das kann man durchaus machen. Ein Weg ist eben die Aufklärung, die Transparenz.